Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Heute mal nach langer Zeit wieder jemand aus der Reihe amerikanische Prophezeiung, der sogenannte schlafende Prophet Edgar Cayce. Cayce wurde am 18. März 1877 geboren und starb am 3. Januar 1956. Er behauptete, in einem Trance-ähnlichen Zustand aus seinem höheren Selbst zu sprechen. Seine Worte wurden von seinem Freund L. Lane aufgezeichnet, seiner Frau Gertrude Evans und später seiner Sekretärin Gladys Davis Turner. Während der Sitzung beantwortete Cayce Fragen zu verschiedenen Themen wie Heilung, Reinkarnation, Träume, Leben nach dem Tod, vergangene Leben. Leben, Ernährung und Atlantis. Auch zukünftige Ereignisse thematisierte er. Cayce, ein gläubiger Christ und Sonntagsschullehrer, sagte, dass seine Schauungen aus seinem Unterbewusstsein stammten, welches das Traumreich erkundete, wo seiner Meinung nach alle Geister zeitlos miteinander verbunden seien. Cayce gründete eine gemeinnützige Organisation, die Association for Research and Enlightenment. Um das Studium seiner Channelings aufzuzeichnen und zu erleichtern und um ein Krankenhaus zu betreiben. Er wurde am 18. März 1877 in Christian County, Kentucky geboren. Seine Eltern, Carrie Elizabeth, geborene Maja, und Leslie Burke Cayce, waren Bauern und Eltern von sechs Kindern. Berichten zufolge sah Cayce als Kind den Geist seines verstorbenen Großvaters. Er war zuversichtlich, dass es sich um einen Geist handelte, da er durchsichtig wurde, wenn er genau genug hinschaute. Cayce wurde im Alter von zehn Jahren in die Kirche gebracht, wo er sich in die Bibel vertiefte. In den nächsten zwei Jahren las er sie angeblich ein Dutzend Mal von vorne bis hinten durch. Als Cayce im Mai 1889 in seiner Hütte im Wald die Bibel las, sagte er, er sei einer Frau mit Flügeln begegnet, die ihm sagte, dass seine Gebete erhört worden seien. Die Frau fragte ihn, was er am meisten wollte. Cayce erzählte dem Biografen Thomas Sugru, dass er Angst hatte, sagte der Frau jedoch, dass er anderen helfen wollte, insbesondere leidenden Kindern. Schließlich beschloss er, Missionar zu werden. Cayce sagte, dass sein Vater ihn am Abend nach einer Beschwerde seines Lehrers rücksichtslos auf Rechtschreibung testete und Cayce nach einem Fehler wütend von seinem Stuhl warf. Cayce sagte, er habe gehört, wie die Frau mit den Flügeln ihm sagte, dass sie ihm helfen könnte, wenn er schlafen ginge. Er legte seinen Kopf auf sein Buch und schlief ein. Als sein Vater ins Zimmer zurückkehrte und ihn weckte, kannte er alle Antworten und wiederholte alles im Buch genau. Er sagte, sein Vater habe geglaubt, er hätte ihn schon einmal getäuscht und ihn erneut von diesem Stuhl geworfen. Cayce sagte, dass er dann alle seine Schulbücher auf diese Weise studiert habe, einfach indem er drauf geschlafen habe. Er sagte, dass er 1892 der beste Schüler seiner Klasse geworden sei. Bei der Befragung teilte Cayce dem Lehrer mit, dass er Bilder der Seiten in den Büchern gesehen habe. Während eines Schulballspiels wurde Cayce ins Steißbein geschlagen und begann, sich seltsam zu verhalten. Er sagte, dass er im Schlaf seine Krankheit diagnostiziert und eine Heilung für sich selbst gefunden habe. Seine Familie bereitete das Heilmittel nach seinen Anweisungen zu und es funktionierte. Cayces angebliche Fähigkeit im Schlaf Diagnosen zu stellen, kehrte mehrere Jahre lang nicht zurück. Im Dezember 1893 zog die Familie Cayce nach Hopkinsville in Kentucky. Sie wohnten in 705 West Sevens an der südöstlichen Ecke der 7th Street und der Young Street. Er erhielt eine Ausbildung in der 8. Klasse und die Association for Research and Enlightenment überliefert, dass er dort seine Hellsichtigkeit bemerkte und die Farm der Familie verließ, um einer Beschäftigung nachzugehen. Cayces Ausbildung endete in der 9. Klasse, weil seine Familie sich die Kosten nicht mehr leisten konnte. Am 14. März 1897 verlobte sich Cayce mit Gertrude Evans. Während seines gesamten Lebens fühlte sich Cayce zu den Jüngern Christi hingezogen. Er las einmal im Jahr die Bibel, besuchte die Kirche, unterrichtete die Sonntagsschule und rekrutierte neue Missionare. Er sagte, er könne Auren von Menschen herumsehen, mit Engeln sprechen und die Stimmen verstorbener Verwandter hören. In seinen frühen Jahren quälte er sich mit der Frage, ob diese prophetischen Fähigkeiten geistlich vermittelt werden könnten. Im Jahr 1900 ging Cayce eine Geschäftspartnerschaft mit seinem Vater ein, um die Versicherung Woodman of the World zu verkaufen. Im März des selben Jahres entwickelte er jedoch eine schwere Kehlkopfentzündung, die zu einem völligen Sprachverlust führte. Da er nicht arbeiten konnte, lebte er fast ein Jahr lang zu Hause bei seinen Eltern. Cayce beschloss daraufhin, sich der Fotografie zu widmen, einem Beruf, der seine Stimme weniger belasten würde. Er begann eine Lehre im Fotostudio von W.R. Bowitz in Hopkinsville und beherrschte sein Handwerk gut. Ein reisender Bühnenhypnotiseur und Entertainer namens Hart, der sich selbst The Love Man nannte, trat 1901 im Hopkinsville Opera House auf. Hart hörte von Cayces Halsleiden und bot an, einen Heilungsversuch zu unternehmen. Cayce nahm sein Angebot an und das Experiment wurde im Büro von Manning Brown, dem örtlichen Halsnasen-Ohrenarzt, durchgeführt. Berichten zufolge kehrte Cayces Stimme zurück, während er sich in hypnotischer Trance befand, verschwand jedoch, als er aufwachte. Hart versuchte es, erfolglos mit einer posthypnotischen Suggestion, dass Cayces Stimme nach der Trance weiterhin funktionieren würde. Da Hart Termine in anderen Städten hatte, konnte er seine hypnotische Behandlung von Cayce nicht fortsetzen. Er sagte, er sei gescheitert, weil Cayce nicht in die dritte Phase der Hypnose eintreten und einen Vorschlag nicht annehmen wollte. Der New Yorker Hypnotiseur John Duncan Quackenbos fand das gleiche Hindernis, schlug jedoch nach seiner Rückkehr nach New York vor, dass Cayce in der zweiten Phase der Hypnose seinen eigenen Fall übernehmen sollte. Der einzige örtliche Hypnotiseur, L. Lane, bot Cayce seine Hilfe an, seine Stimme wiederzuerlangen. Als Lane Cayce in Trance versetzte, kommunizierte Cayce lautstark. Cayce forderte Lane auf, ihm einen Vorschlag zu machen, um die Blutzirkulation in seinem Hals zu erhöhen. Lane machte den Vorschlag. Berichten zufolge wurde Cayces Kehle leuchtend rot und nach 20 Minuten erklärte Cayce immer noch in Trance die Behandlung für beendet. Als er aufwachte, soll seine Stimme normal geblieben sein. Es kamen zu Rückfällen, die Berichten zufolge jedoch von Lane korrigiert wurden, bis die Heilung schließlich dauerhaft war. Lane dachte über Cayces Fähigkeiten zum Hellsehen nach und schlug vor, dass er seinen übersinnlichen Diagnosedienst der Öffentlichkeit anbietet. Cayce zögerte, da er keine Ahnung hatte, was er ihm im Schlaf verschrieb und nicht wusste, ob seine Mittel sicher waren. Er sagte zu Lane, dass er nichts über einen Patienten wissen wollte, da es nicht relevant sei. Er stimmte unter der Bedingung zu, dass die Lesungen kostenlos seien und stellte klar, dass er nie wieder eine Lesung machen würde, wenn jemals jemand verletzt würde. Mit Lanes Hilfe begann er den Stadtbewohnern kostenlose Behandlungen anzubieten. Lane beschrieb Cayces Methode als eine selbst auferlegte hypnotische Trance, die Hellsehen hervorruft. Berichte über Cases Arbeit erschienen in Zeitungen, was zu einer Reihe postalischer Anfragen führte. Cayce sagte, dass er mit einem Brief einer Einzelperson genauso effektiv arbeiten könne wie mit einer im Raum anwesenden Person. Anhand des Namens und des Standorts einer Person behauptete Cayce, er könne den physischen und psychischen Zustand dessen, was er das Wesen nannte, diagnostizieren und Abhilfe schaffen. Cayce war immer noch zurückhaltend und besorgt, denn ein toter Patient war alles, was er brauchte, um ein Mörder zu werden. Seine Verlobte stimmte zu und nur wenige wussten, was er tat. Die zunehmende Beliebtheit von Cayce zog Unternehmer an, die seine angebliche Hellsichtigkeit nutzen wollten. Obwohl es ihm widerstrebte, ihnen zu helfen, ließ er sich überreden, Lesungen zu geben. Dies führte dazu, dass er mit sich selbst unzufrieden war. Ein Baumwollhändler bot ihm 100 Dollar pro Tag für Lesungen über den Baumwollmarkt an, aber trotz seiner schlechten Finanzen lehnte Cayce das Angebot des Händlers ab. Einige Leute wollten wissen, wo sie nach Schätzen suchen sollten. Andere wollten wissen, wie die Pferderennen ausgingen. Arthur Lemmers, ein wohlhabender Drucker und Student der Metaphysik, überredete Cayce 1923, Lesungen zu philosophischen Themen zu halten. Er erzählte Cayce, dass er in seinem Trance-Zustand über Lemmers frühere Leben und die Reinkarnation gesprochen habe. Reinkarnation war ein beliebtes zeitgenössisches Thema, ist jedoch kein akzeptierter Teil der christlichen Lehre. Aus diesem Grund befragte Cayce seinen Stenografen zu dem, was er in seinem Trance-Zustand gesagt hatte, war aber trotzdem nicht überzeugt. Cayce erlangte 1943 nach der Veröffentlichung von Miracle Man of Virginia Beach in der Zeitschrift Coronae landesweite Bekanntheit. Der Zweite Weltkrieg forderte seinen Tribut von den amerikanischen Soldaten und Cayce hatte das Gefühl, dass er Familien nicht ablehnen konnte, die um Hilfe für geliebte Menschen baten, die im Einsatz vermisst wurden. Er erhöhte die Zahl von Lesungen auf acht pro Tag, um den ständig wachsenden Rückstand an Anfragen zu verringern. Cayce sagte, dass dies Auswirkungen auf seine Gesundheit habe. Es war emotional anstrengend und ermüdete ihn oft. Die Lesungen selbst tadelten Cayce dafür, dass er sich zu viel Mühe gab und meinten, er solle sein Arbeitspensum auf zwei Lebenslesungen pro Tag beschränken, sonst würde ihn seine Bemühungen umbringen. Von Juni 1943 bis Juni 1944 führte Cayce 1385 Lesungen durch. Im August 1944 war er aufgrund der Belastung zusammengebrochen. Als er seine Situation beurteilte, wurde ihm gesagt, er solle sich ausruhen, bis es ihm wieder gut gehe oder er tot sei. Er und Gertrude gingen in die Berge von Virginia. Dort erlitt er jedoch im September einen Schlaganfall und starb am 3. Januar 1945 im Alter von 67 Jahren. Cayce ist auf dem Riverside Cemetery in Hopkinsville, Kentucky begraben. Gertrude starb drei Monate später. Der von ihm gegründete Verein fuhr fort, über 14.000 Dateien mit Messwerten, die vom 31. März 1901 bis zum 17. September 1944 erfasst wurden, klassifizieren und mit Querverweisen zu versehen und die Ergebnisse wurden in seinen Veröffentlichungen verbreitet. Bis September 1923 wurden Cayce's Lesungen nicht systematisch aufgezeichnet oder aufbewahrt. In einem Artikel des Birmingham Posts Herald vom 10. Oktober 1922 wird Cayce mit den Worten zitiert, dass er bisher 8.056 Lesungen gehalten habe und es ist bekannt, dass er nach diesem Datum 13.000 bis 14.000 Lesungen gehalten hat. Insgesamt 14.306 Lesungen sind im Hauptsitz von A.R.E. Cayce in Virginia Beach und in einem Online-Bereich nur für Mitglieder mit Hintergrundinformationen, Korrespondenz und Folgedokumentation verfügbar. Weitere Fähigkeiten, die Cayce zugeschrieben werden, sind Astralprojektion, Prophezeiung, Medialität, Zugang zu den Akasha-Chroniken, dem Buch des Lebens, das Sehen von Auren. In seinen Übungen und Lesungen nutzte er auch Astrologie und Traumarbeit. Cayce sagte, dass sein Interesse daran geweckt wurde, mehr über diese Themen zu erfahren, nachdem ihm der Inhalt seiner Lesungen mitgeteilt worden war, von denen er, wie er sagte, selbst nie etwas gehört hatte. Kommen wir nun zu seinen Prophezeiungen. Edgar Cayce prophezeite, dass die großen Seen sich in der Zukunft in den Golf von Mexiko ergießen würden und das uraltes Wissen entdeckt werden würde, wenn die Völker eine angemessene Stufe des Bewusstseins erreicht hätten. Die drei Lagerplätze dieses Wissens sind Ägypten, das Bimini-Gebiet und Yucatan. Die Erde wird im westlichen Teil von Amerika aufbrechen. Der größte Teil Japans verschwindet im Meer. Der obere Teil von Europa ändert sich in einem kurzen Augenblick. Land wird erscheinen vor der Ostküste von Amerika. Wenn das erste Aufbrechen in der Südsee oder im Mittelmeerraum und der Ätna-Region erscheint, als Sinken und Aufsteigen von meist gegenüberliegendem Gleichen, wissen wir, es hat begonnen. Es gibt größere Aktivität beim Vesuv oder Pelé in der Karibik. Dann an der Südküste von Kalifornien und in den Gebieten zwischen dem Salzsee in Utah und im Südteil von Nevada. Wir können erwarten, dass innerhalb von drei Monaten gleichzeitig Überschwemmungen und Erdbeben erfolgen. Aber das wird mehr in der südlichen als in der nördlichen Hemisphäre passieren. Es wird Umwälzungen in der Arktis und in der Antarktis geben, aufgrund von Vulkanausbrüchen in Tropengebieten. Und es wird zu Polverschiebungen kommen, so dass dort, wo es jetzt kalt oder gemäßigt ist, es dann tropisch wird und Mose und Fahne wachsen werden. Aufgrund der Beschaffenheit der Geografie der Welt, des Landes, kommen die Verschiebungen allmählich. Kein Wunder, denn das Wesen fühlt das Bedürfnis der Notwendigkeit für Verschiebungen im Inneren. Deshalb werden viele Teile sowohl der Ostküste sowie der Westküste als auch der zentralen Teile der USA zerstört. In den nächsten Jahren wird Land sowohl im Atlantik als auch im Pazifik erscheinen. Und was jetzt die Küstenlinien vieler Länder sind, werden dann Betten der Ozeane sein. Sogar viele Schlachtfelder der Gegenwart werden Ozeane sein, werden Meere sein, Buchten. Länder, auf die die neue Weltordnung übertragen wird, werden ihren Handel miteinander führen. Teile der jetzigen Ostküste von New York oder New York City selbst werden größtenteils verschwinden. Das wird aber erst in anderen Generationen sein. Auch die südlichen Teile von Carolina und Georgia werden verschwinden. Das wird viel eher geschehen. Die Wasser der Seen werden sich in den Golf ergießen, nicht über den St. Lorenz-Strom. Es wäre gut, wenn dieser Wasserweg vorbereitet werden würde, aber nicht zu dem Zweck, den man gegenwärtig verfolgt. Sicheres Land wird Ohio, Indiana und Illinois sein, aber auch große Teile Südkanadas und Ostkanadas. Während das westliche Land größtenteils zerstört wird, natürlich auch viel in anderen Ländern. Unfrieden wird aufkommen in dieser Zeit. Achtet auf die Umgebung der Daviesstraße zwischen Grönland und Nordkanada. Achtet auf Libyen und Ägypten, auf Ankara und Syrien. Durch die Straßen dieser Gebiete, über Australien, im Indischen Ozean und im Persischen Golf. Es versteht sich auch, dass wenn die neue Ordnung aufkommt, eine Regierung an höheren und niederen Stellen stattfinden muss und dass dann größere Rücksicht auf das Individuum genommen werden muss, sodass jede Seele auf seinen Bruder Obacht geben muss. Dann werden bestimmte Umstände in den politischen, wirtschaftlichen und anderen Verhältnissen kommen, die eine Gleichheit erscheinen lassen oder ein größeres Verständnis für die Bedürfnisse untereinander. Mit den Änderungen, die kommen, das ist sicher, gibt es eine Evolution oder Revolution der Ideen religiösen Denkens. Die Basis dafür, für die Welt, wird eventuell aus Russland kommen. Kein Kommunismus, nein, doch eher ist es die Basis von demselben, was der Christ lehrte. Deine Art von Kommunismus 1998 haben wir sehr viele Aktivitäten, die von den allmählichen Veränderungen kommen. Das ist die Periode, wenn der Kreis der Sonnenaktivität auf seinen höchsten Punkt kommt. Der Wechsel zwischen Fische- und Wassermannzeitalter. Das ist eine allmähliche, keine katastrophale Aktivität in dieser Zeit. Es gibt einige, die diese Passagen auswählen oder einige Readings und meinen ironisch, dass das menschliche Leben weitergeht wie bisher nach den Erdveränderungen. Auch häufig missgedeutet ist der Gedanke, dass es keine plötzlichen Änderungen geben wird. Die Boden wurden über Jahre und Ewigkeiten bereitet. Doch das Ereignis des Polsprungs und die Verschiebung von Nordeuropa werden in einem Augenblick geschehen. Es passiert so schnell wie bei den Mammuts, die keine Zeit hatten zu Ende zu fressen und sich niederlegten und starben. Doch die, die schnell im Stehen einfroren, deren Fleisch war nach 12.000 Jahren immer noch genießbar. Die Skeptiker können mehr Beweise von Gott 1998 bekommen, als sogar sie verlangen. Geht mit Gott jetzt, denn die Zeit wird knapp. Das ist sicher. Ihr solltet alarmiert sein, aber hofft und fürchtet euch nicht. Ein Polsprung kann überlebt werden. Die meisten werden überleben, aber bestimmte Zonen werden zu gefährlichen Gebieten, hauptsächlich im Inland und höheren Gebieten. Meine Studien und Meditationen und Träume bestätigen, was viele Male vorher geschah und relativ bald wieder passiert. Wir alle lernen von dem plötzlichen Planetenfall. Jeder muss sich jetzt Zeit nehmen für irgendeine Seele. Um diesen Test zu bestehen, müssen wir von beiden Hemisphären des Gehirns geführt werden. Kein schlechtes Karma zu schaffen, nur das Positive, das Gute, das Konstruktive zu denken. Warum meint ihr, dass ihr selbst leidet bei einer zufälligen Bemerkung der Verurteilung oder Verdammung? Wunder erwarten können die, die die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellen. Elia kam und ging viele Male, vermute ich, doch er ging unerkannt. Es gibt nichts auf der Erde, was nicht eine Manifestation Gottes wäre. In dem Maße, in dem wir geben, fließen uns Frieden und Harmonie und Verständnis die Früchte des Geistes zu. Wenn wir die Fähigkeiten gebrauchen, die uns gegeben sind, werden wir morgen noch mehr bekommen. Auch der nächste Schritt, den wir zu gehen haben, wird uns gezeigt werden. Sie entwickeln sich zu dem, was sie im Sinn und Geist behalten. Es spielt keine Rolle, was wir zu glauben behaupten. Worauf es wirklich ankommt, ist der Unterschied, den das, was wir glauben, in unserem Leben ausmacht. Wenn durch Worte Schaden angerichtet wurde, liegt das größere negative Resultat beim Sprechenden. Geistige Gesundheit ist am besten und leichtesten zu definieren, als die Fähigkeit, Dinge zu sehen, wie sie sind. Die meisten von uns sind nicht so vollkommen gesund, wie sie gern sein möchten oder wie sie zu sein glauben. Wir neigen beispielsweise dazu, uns selbst ein größeres, liebevolles Herz zuzuschreiben, wenn wir nur großzügig sind, halten uns für weise, wenn wir nur belesen sind, für liebevoll, wenn wir nur besitzen wollen. Was der Mensch ständig denkt, das wird er. Suchen Sie nicht nach Unnatürlichem oder Übernatürlichem. Sich selbst begegnen bedeutet nach der Information der Readings tatsächlich, den Resultaten unserer eigenen Taten oder Einstellungen zu begegnen. Wenn Sie Gnade erfahren wollen, dann seien Sie selbst gnädiger. Denn Geduld ist die Lektion, die jede Seele auf Ihrer Reise durch die Ebene der Materie lernen muss. Wie Sie Ihren Nächsten behandeln, so behandeln Sie Ihr Problem. Wie Sie Ihre Liebe behandeln, wie Sie Ihren Feind behandeln, so verhalten Sie sich gegenüber Ihrem Schöpfer. Liebe Freunde, das war's schon mit Edgar Cayce und seinen Prophezeiungen. Wie immer, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, drückt auf den Daumen, teilt das Video mit euren Freunden und lasst einen Kommentar da. Wie immer, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, sondern das Video mit euren Freunden und den Kanal zu abonnieren. Wie immer, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Wie immer, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.